Wir sind da heute bei der wunderbaren Szene München, beim noch wunderbareren Alexander Onken und deswegen habe ich ein Gedicht vorbereitet. Ich bin der Ferdinand Unterhuber. Du bist noch gar nicht dran. Wenn mitten bei der Nacht einem die liebevolle Ehefrau eine Szene macht. Ich bin der Ferdinand Unterhuber und die Szene, die meine Frau macht, ein Scheißdreck gegen die Szene München. Darum schaut es euch das an, das ist nämlich wirklich lustig. Ja, also es könnte lustig sein, aber schaut es euch an, wisst ihr, was ich meine. Widerschauen. Was sollst du jetzt sagen, meinst du? Sag halt jetzt noch was Nettes. Widerschauen.